So, da sind wir wieder bei New Super Mario Bros U für die Wii U. Und wir spielen heute mal nicht da hinten weiter, weil da kommen wir wieder zum Luftschiff. Wir gehen jetzt mal ins chronologisch nächste Land, nämlich in die Eiswelt. Jetzt muss ich aber erstmal hier rüber. Jetzt so, hops, und hier hin und da rüber und da hoch und einfach immer nach oben. Und über diese wunderschönen, ja, Fontänen, Klettern, springen wir mal drüber und die Leiter hoch und sind in den Eiswürfelfellen. Oh, 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 oh Gott. Na, das wird ja lustig. So, ich bin schon wieder ganz raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das King das Spiel. Nee, ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. So, A muss ich drücken, ne? Ja. So, Drehsternhimmel. Es ist ja natürlich praktisch, dass ich jetzt nur ein Leben habe. Bitte, was? Das ging so, okay. Oh, bitte, was ist da unten denn? Alter. Okay, so kann ich fliegen. Ich muss das üben. Normal. Oh. So, Moment. Nein. Ach, scheiße. Mist. Warte. Dich kriege ich. So, na wunderbar. Aha, so. Was ist hier drin? Ach, du wieder. Da unten ist was drin. Ups. Münzen. Oh, Gott. So. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, weil ich nur ein Leben habe. Oh. Ach, scheiße. Da hätte ich von unten rein gemusst. So ein Mist. Aber hier oben kann ich hin. Und hier ist auch nochmal eine Sternenmünze. Da hätte mich wahrscheinlich auch die Ranke hin gefühlt. Okay. Das ist auch die zweite Sternenmünze. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich hier nicht irgendwo lande, wo, naja. So. Oh, Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Yeah. Oh, Gott. Soll ich wirklich durch diesen Kreis da fliegen? Na gut. Meinetwegen. Keine Ahnung, was ich da bekomme. Ups. Ich lass das mal lieber. So. Ich hab's eh schon verkackt. Ups. Oh, Gott. Vorsichtig, Kupa. So. Was ist da unten außer Münzen? Vermutlich nichts. Hoffe ich mal. Wow. Ich muss mich hier konzentrieren. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Da unten ist was. Das ist so klar. Oh. Na ja, das war jetzt nix. So, was ist hier drin? Ein Stern. Oh. Warte, was? Ach so. Nein. Alter, das ist doch unfassbar. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Mann, eh. Diese Sterne, die sind so... Ist doch blöd. Na gut. Drehsternhimmel. Die Frage ist, wie komm ich jetzt da wieder ran? Ich weiß es nicht. Erstmal bräuchte ich den Pilz, der hier drin ist. Vorausgesetzt natürlich, dass ich den kriege, was ich nicht tue. Verdammt. Ja. So viel dazu. Das fängt ja gut an. Okay, extra Anläufe haben wir jetzt drei. Aber diesmal fangen wir auch mit fünf Leben an. Das ist schon mal ein Vorteil. Und wir fangen ja... Wir haben ja jetzt nicht viel verpasst. So. Okay. Ja, ist ja gut. Weiter, bitte. So. Okay. Besuchte... Bereits besuchte Tothäuser sind wieder offen. Das ist ja wunderbar. Ähm. Hätte ich gleich reingehen können. Ist jetzt auch egal. So. Hops. Und da rüber. Und hier rüber. Dann holen wir uns mal hier nochmal die extra... Nein, 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 nein. Er sagt Mann. Da sollst du hin? So, da rein, bitte. Und jetzt... Ich muss das mal ein bisschen üben. So. Okay, ach, das muss ich jetzt machen. Ja, ja, ja. Okay, das kenne ich ja. Münzen sind auch schon mal nicht schlecht. Verdammt. Ah, eins habe ich schon. Nein. Verdammt. Ich bin immer noch... Nicht im Minus, aber ich bin immer noch bei Null leben. Scheiße. So, jetzt bin ich bei einem, glaube ich. Drei und ich habe... Ah, okay. Ja, hat sich ja echt gelohnt. Wow. Hey, doch. Ich habe insgesamt zwei Leben bekommen durch die Münzen eins und dadurch nochmal eins. Also, One-Ups nicht leben. Ich sage doch zu überleben, das heißt ja One-Up. Aber egal. So, jetzt einmal hier lang und da lang. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt nochmal hier hoch. Und ja, ja, ja. Ist ja gut. Eiswürfel, Eisfälle. Ja, können wir das überspringen? Nee. Ach, Mann. Jetzt müsst ihr das nochmal sehen. Ist jetzt nicht so spannend. Aber okay. So, dann wollen wir mal. Diesmal mit sieben leben. Diesmal hoffentlich lebendig. Das war ja aber auch blöd dann am Ende. Ups, hier war doch irgendwas. Nee, hier war nix drin. Uah, was? Was ist das denn? Wieso ist er denn nicht... Ach, Mann. Ups. Hat sich ja voll gelohnt deswegen. Ach, naja. So, da ist gar nix drin. Hier ist... Auch gar nix drin. Nee, gar nix. Oh Gott, diese Drehstände. Also ohne Flugdings sind die echt ein Traum. Ich hätte wenigstens einen Pilz mitnehmen sollen, dass ich hier groß werde. Da die Ranke, die kriege ich so auch nicht. Und du Pflanze, du bist mir im Weg. So, warte. Ich hätte jetzt gerne... Ich hätte jetzt gerne... Nein! Wieso ist er denn nicht gesprungen? Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Wieso ist er denn nicht gesprungen? Bin ich denn so, so schlecht? Ich hätte mal... Ach, scheiße. Ich hätte groß reingehen sollen. Jetzt bin ich immerhin groß. Jetzt fehlt mir aber noch... Ups. ein Flughörnchenanzug, den ich irgendwo hier kriege vielleicht. Nee, hier war's nicht. Warte. Das war hier irgendwo. Hier nicht. Warte. Hier krieg ich den. Das will ich ja gar nicht. Ha, ha, ha. So, hab ich schon mal die erste Sternmünze. Warum ist die grünt, die Koopa-Dings? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich hier irgendwie rauf, oder? Nee, muss ich gar nicht. Komm ich auch gar nicht. Ich könnte die Ranke nehmen, wenn ich da unten hinkäme. Oder ich nehme einfach das hier. So, Nanu jetzt. Da rein. Nanu. So geht's auch. Ups. So. Ach man, der macht immer den Stammsprung. Das ist ja richtig blöd. Soll er eigentlich gar nicht. So, das lasse ich jetzt mal. Ich spring jetzt mal hier drauf. Oh, das war knapp. Na gut. So, jetzt hier rüber. Hier auf dir landen. Gut. Nee, das wollte ich gar nicht. Das hier möchte ich gerne. Kann ich so machen. Gut. Und den Stern möchte ich jetzt. So. Und jetzt. Möchte ich das. Und dann. Möchte ich gerne hier rüber. Und hier kriege ich sogar ein One-Up, weil ich hoch genug bin. Na wunderbar. So muss das eigentlich laufen. So. Wenn man gut ist. Also nicht so wie ich. Dann kriegt man das auch hin. So. Okay. Okay. Gut. Ich würde jetzt schon wieder fast gerne speichern. Weil ich immer so schlecht bin. Aber immerhin habe ich acht Leben. Das heißt. Pin, cool, polonaise. Bitte was. Was kriege ich denn? Alter. Was ist so helle? Was kriege ich hier? Oh ne. Eine Eisblume. Ich möchte schon fast das Flugdings hier behalten. Was kriege ich hier? Eine Münze. Wow. Wird's mich verarschen. Wie soll ich denn jemals? Okay. Ich brauche die Eisblume, glaube ich. Ach so geht das. Gut. Okay. Ups. Also ich muss noch. Ich muss schon wieder in die Steuerung reinkommen. Ich muss so drücken um. Ups. Ach cool. Ups. Das holt ihn gar nicht ein. Aber egal. So. Also ich muss so drücken, so schnell laufen und dann so. Ups. Ach du Scheiße. Ups. Hey. Folgt mir nicht. Hilfe. Blödes Ding. So. Wow. Da unten ist bestimmt auch irgendwas. Ne. Weiß ich nicht. Eine Sternmünze habe ich nur. Ach ne. Da kommen die Viecher raus. Genau. Ich dachte jetzt, da kann ich rein, aber da ist nur eine Eisblume. Da oben ist ein Ring, aber da will ich auch gar nicht hin. Ach cool. Dann kann ich sogar treffen. Raus und jetzt da hoch. Genau. Nein. Nicht da. Ach man. Komme ich da nicht rein? Ne. Da komme ich nicht rein. Da ist bestimmt irgendwas Tolles drauf. Könnte ich mir denken. Hilfe. Außer ne Eis. Natürlich ist da was Tolles drauf. Eine Sternmünze. Warte mal. Habe ich da nicht irgendwie... Ach so komme ich ran. Hier sind noch mehr Münzen. Die hole ich mir auch nochmal mit. Warte. So. Oh. Hat da nicht... Hat nicht geklappt. Wenn man es richtig macht, kriegt man das auch hin. Warte mal. Naja. Irgendwie so. Gut. Jetzt erstmal irgendwie noch rüberkommen. Rüberkommen hat... Puh. Wah. Hilfe. Ist so glatt hier. Hahaha. Oh Gott. So. Jetzt komm mal raus. Genau. Und jetzt kann ich nämlich... Wow. Wo ist hier eigentlich ein Checkpoint? Alter. Wo ist der Sternmünze? Alter. Da willst du mich... Da willst du mich doch echt... Du willst dich mobben, ne? Du spiel. Jetzt muss ich warten, bis der nächste kommt. Warte. Das Spiel will mich echt ärgern. Jetzt guckt da natürlich keiner. Das gibt's doch nicht. Hallo? Na toll. Ich muss hier irgendwie rauf, aber das komme ich nur, indem ich da auf... Ach man. Auf die hier... Auf die hier drauf. Ach du Heilige. Egal. Ich lasse mal die letzte Sternmünze jetzt... Level beendet. Und immerhin. So. Und immerhin auch noch groß. Alter Schwede. Hast du ja auch noch nicht gesehen. So. Das ist ja... Da weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. So du... Okay. So. Hier ran. Da ist schon der erste... Turm. Tanztee im Tauwetterturm. Bitte was? Alter, ich komm hier gar nicht hoch. Ah, jetzt. Also schon, aber ganz knapp. Ach du Heilige. Hier kommen die wieder. Ach, die kommen ja auch noch nach. Alter. Ups. Ah, siehste. Da muss ich aufpassen. Das Problem ist, die kommen nach. Das heißt, selbst wenn ich... Ja, selbst wenn ich da einfach so... Ich muss irgendwie... Da durch. Ups. Das hat nicht geklappt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, ein Pilz. Das ist doch schon mal gut. Ich hasse das. Oh. Ach, cool. Nein. Ach, scheiße. So, du da oben, du. Lauf mal wieder weg. Genau. Wow. Jetzt kommt wieder so ein großer hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, Moment. Nein. Nein, ich wollte doch drauf landen. Ach, scheiße. Verdammt. So ein Mist. So, jetzt könnte ich noch ein Leben gebrauchen. Vielleicht. Aber ich hab ja noch neun. Noch. Noch vor allem, ja. Ich hab irgendwie den Trick raus. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob's... Nein. Ach, scheiße. So viel zum Thema. Ich hab den Trick raus. Wie man sieht, hab ich den raus. Ich weiß, wie's geht. So nicht. Hier kommt auch gleich einer runter. So, okay. So, jetzt lauf du mal weg, genau. Und dann... ...wollen wir einmal... ...rauf springen. Das hat ja wunderbar geklappt. Wie komm ich jetzt weiter nach... ...mal auf der anderen Seite? Ach, du Heiliger. Das verarscht mich hier, das Spiel. Ist ja schlimm. So, hier. Bitte was? Da ist bestimmt irgendwas Tolles. Ich weiß aber nicht was. Ich hab keine Ahnung, ob da was Tolles ist. Wahrscheinlich eine Sternmünze oder so. Da oben ist eine. Ich würd gern groß werden. Das wär schon mal ein Anfang. Ach, du Scheiße. Na, egal. Jetzt bin ich halt so runter. Ist auch egal. Oh. Da war ich ja drauf. Ich bin schon wieder... Äh. Na gut. Jetzt nochmal bitte. So, okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, ich werd groß. Immerhin. So, was bist du hier? Ah, das bist du. Na toll. Das bist du. Alter, was? Hilfe. Na toll. Na wunderbar. Ich muss aufpassen. Hier kommt gleich was runter. Hier muss ich hin. Vorsichtig. Ich darf mich hier nicht einquetschen lassen. Das ist das Wichtigste. Nein, das war nicht. Aber scheiße, da war eine Sternmünze. Achtung, Heiliger. Was ist hier drin? Eine Münze, wow. Ist ja einfach famos. Alter. Ist aber auch was los. Oh. Nein. Puh. Da geh ich mal rein. So, jetzt bin ich beim Endboss. Gleich. Oh Gott. Hilfe. Ach, hier bin ich schon. Okay, ich dachte jetzt, das war ja nur bei den anderen Schlössern, dass ich noch laufen musste. Aber jetzt bin ich natürlich schon da. Und was kann er? Springen. So kann man das machen. Sonst wartest du bisher. Ja, so zum Beispiel nicht. So kannst du es machen. So. Ah, ich habe es geschafft, ohne selber Schaden zu nehmen. Das ist hier auch mal was Neues. Das habe ich auch lange nicht mehr geschafft. So, okay. Wunderbar. Weiter geht es also. Jetzt muss ich aber erstmal speichern. Das kann ich nämlich jetzt. Und. Oh, ich muss eine Aufnahmepause machen. Ich habe schon wieder total vergessen. Das ist ja schon, ne? So. Also das heißt Aufnahmepause. Ich muss jetzt erstmal sagen, das war es für diese Folge, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü